Das ist eine Geschichte, die sich vor 35 Jahren ereignet hat. Es passierte meinem Großvater. Eines Nachts kehrte mein Großvater nach Hause zurück, nachdem er zwei Hilzerfische gekauft hatte. Mein Großvater musste auf dem Heimweg eine Brücke überqueren. Und als er die Brücke überquerte, hörte er, wie ihn ein Verwandter rief. Die Person, die mein Großvater rief, sprach normalerweise überhaupt nicht mit ihm. Daher war er ein wenig schockiert. Dann begann der Mann auf der Brücke nach vorne zu kommen. Und irgendwann legte dieser Mann seinen Arm auf die Schulter meines Großvaters und begann etwas zu sagen. Als der Mann seinen Arm auf die Schulter meines Großvaters legte, konnte Großvater einen sehr fauligen Gestank von ihm riechen. Mein Großvater bemerkte auch, dass er kein Gewicht von dem Arm des Mannes spüren konnte. Sie standen in der Mitte der Brücke, als Großvater bemerkte, dass er in der Luft schwebte, während er seinen Arm auf die Schulter meines Großvaters gelegt hatte. Dann erkannte Großvater, dass dieser Mann ein Geist in der Gestalt eines Verwandten war. In diesem Moment begann der Geist laut zu lachen und schaute auf die Fische in der Hand meines Großvaters und sagte, Ha ha ha, gib mir die Fische, ich werde sie essen. Da begann Großvater Gebete zu rezitieren. Und der Geist begann zu schreien und sagte, Wenn ich dich ein weiteres Mal sehe, werde ich dich umbringen, bevor du ein Gebet rezitieren kannst. Es war ein berühmter Geist in unserem Land, dessen Name Mechobut ist. Es wurde gesagt, dass, wenn der Geist jemand nachts mit Fischen sah, er sie erschreckte und ihre Fische nahm. Wenn die Person Mechobut die Fische nicht essen ließ, würde der Geist sie sogar umbringen. Mein Name ist Amok. Dies passierte mir, als ich zehn Jahre alt war. Es war der Monat Oktober und ich hatte meine Dossera-Ferien. Ich hatte eine Woche frei und wir waren in unsere Heimatstadt gefahren. Unser Dorf liegt in einem sehr ländlichen Teil Indiens. Die nächste Stadt ist 30 Minuten entfernt und es gibt nichts als Wildnis in der Umgebung. Diese Geschichte passierte mir an einem der Tage, an denen ich im Dorf war. Wir hatten ein kleines Haus im Dorf. Und eines Abends war es spät und es war keine Milch oder Quark mehr zum Abendessen da. Unser Onkel bat mich, die Sachen vom nahegelegenen Laden zu holen. Ich rief meinen jüngeren Bruder, der ein Jahr jünger ist als ich, um mit mir zu kommen und die Sachen zu holen. Wir fuhren mit dem Fahrrad zum Laden und holten die Milch und den Quark, den mein Onkel wollte. Wir fuhren mit dem Fahrrad zurück zu unserem Haus. Aber plötzlich hörte ich ein Gebet namens Namaz, das normalerweise von Muslimen durchgeführt wird. Die Situation war seltsam. Der Namaz normalerweise abends gegen 17 Uhr stattfindet. Aber es war etwa 20 Uhr. Das andere Seltsame war, dass die Moschee in Trümmern lag. Aus Neugierde bat ich meinen jüngeren Bruder, mich zu begleiten und zu sehen, was in der Moschee vor sich ging. Was ich sah, schockiert mich bis heute. In der Mitte sah ich ein satanisches Pentagramm und leblose Körper. Mehr Details möchte ich hier nicht nennen. Plötzlich sah mich eine Frau und schrie aus voller Kehle. Ihre Stimme war anders als alles, was ich je gehört hatte. Es war eine Mischung aus einer Ziege und einem Dämon. Sie schrie laut. Meine Söhne, kommt hierher! Kommt hierher! Auf eine sehr beunruhigende Weise. Wir rannten aus der Moschee und fuhren so schnell, wir konnten zurück zu unserem Haus. Als ich nach dem Abstellen meines Fahrrads hineinstürmte, fragte mein Onkel, was passiert war. Ich erklärte ihm alles. Und er war entsetzt. Er erzählte mir, dass das, was wir gesehen hatten, keine Vision war, sondern eine wahre Geschichte. Er erklärte, dass eine Frau kürzlich gestorben war, nachdem ihre Söhne gestorben waren. Danach ging ich nie wieder in das Dorf zurück. Ich bin jetzt 20 Jahre alt und studiere Medizin zusammen mit meinem Bruder. Und diese Situation verfolgt mich bis heute. Was wäre mit meinem Bruder und mir passiert, wenn wir nicht von diesem Ort weggelaufen wären? Diese Geschichte stammt von meinem Urgroßvater und ereignete sich in Irland in den 1930er Jahren. Spät in der Nacht war mein Urgroßvater an seiner Lieblingsbahn Irland. An diesem Abend blieb er länger als üblich. Er ging erst gegen ein Uhr nach Hause, als er endlich nüchtern genug war, um nach Hause zu gehen. Er erinnerte sich daran, dass auf dem üblichen Weg Bauarbeiten stattfanden, sodass der einzige Weg nach Hause durch den Friedhof führte. Er fühlte sich von der unheimlichen Stille beunruhigt und hatte das Gefühl, dass ihn jemand oder etwas beobachtete. Als er gerade dabei war, den Friedhof zu verlassen, hörte er eine Männerstimme, die sagte, Haben Sie Feuer, Sir? Er antwortete, Ja, das habe ich. Sobald das Feuerzeug angezündet war, fiel es zu Boden. Er ging, um es aufzuheben. Aber das, was er sah, ließ seinen ganzen Körper zittern. Als er sich bückte, um das Feuerzeug aufzuheben, sah er Hufe. Hufe, die nicht zu einem Pferd, sondern zu einer Ziege gehörten. Sie waren riesig. Und es gab nur zwei, wie bei den Beinen eines Menschen. Als er aufblickte, war er entsetzt. Und die einzigen Worte, die verwendet werden konnten, um es zu beschreiben, waren dieses Ding. Sobald er begriff, was er sah, lief er so schnell, dass er sich nicht einmal daran erinnern konnte, was danach geschah. Nach dieser Nacht verließ mein Urgroßvater diese Bar nie wieder nach Mitternacht. Er weiß nicht, was er gesehen hat oder mit wem er gesprochen hat. Aber er weiß sicher, dass es keine Art natürlichen Tieres oder Menschen war. Er dachte, es könnte ein Dämmen oder sogar der Trüfel selbst gewesen sein. Er wusste es. Und er wollte es auch nicht wissen. Mein Name ist Bailey. Diese Geschichte passierte, als ich 13 Jahre alt war. Es war ein Samstagmorgen und ich fragte meine Mutter, ob ich eine Übernachtungsparty mit meiner besten Freundin May haben könnte. Sie zögerte, weil in der Nachbarschaft viele Clowns unterwegs waren. Es dauerte eine Weile, aber schließlich sagte sie ja. Ich rief May an und ließ sie wissen, dass sie gegen 19 Uhr kommen könnte. Später am Abend kam May vorbei und wir sprangen auf die Couch und begannen, OneSea Entertainment zu schauen. Etwa 20 Minuten später ging meine Mutter mit meiner kleinen Schwester und meinem Bruder zum Supermarkt und ließ uns allein zu Hause. Wir bekamen Hunger und beschlossen, eine Pizza zu bestellen. Etwa 30 Minuten nach der Bestellung klingelte es an der Tür. Während May das Geld holte, öffnete ich die Tür. Hinter der Tür stand ein großer Mann. Er schaute auf mich herab und reichte mir die Pizza. Dann fragte er mich, wo sind deine Eltern? Ich war dumm genug, ihm zu sagen, dass sie nicht zu Hause waren. Er grinste dann gruselig und zum Glück kam May gerade mit dem Geld. Sie merkte, dass ich mich unwohl fühlte, also gab sie ihm das Geld und schloss die Tür. Wir aßen und gingen nach dem Ende der Folge in mein Zimmer und hingen etwa eine Stunde herum, bevor wir beschlossen, ins Bett zu gehen. Gegen 22 Uhr ging ich runter, um etwas Wasser zu holen. Während ich mein Wasser trank, hörte ich ein Rascheln aus der Speisekammer. Ich war verwirrt. Ich rannte nach oben, um meine Mutter zu holen, als ich etwas sah, das ich nie vergessen werde. Meine Mutter lag bewusstlos auf dem Boden. Zu diesem Zeitpunkt begann ich in Panik zu geraten. Ich ging zurück in mein Zimmer und schloss die Tür ab. Das Klopfen verwandelte sich in ein Hämmern, bis es so stark war, dass die Tür fast eingetreten wurde. Wir sprangen leise aus dem Fenster und landeten in den Büschen. Ich rief die Polizei und sagte ihnen, dass jemand in meinem Haus war. Kurz nachdem sie hineingegangen waren, kamen sie mit einem Clown wieder heraus. Die Sanitäter kamen auch mit meiner Mutter heraus und brachten sie ins Krankenhaus. Glücklicherweise war sie nur bewusstlos. Am nächsten Morgen klopfte ein Polizist an unserer Tür. Der Polizist sagte uns, dass ein Clown sich als Pizzalieferant ausgab und zu den Häusern der Leute ging. Der beunruhigendste Teil dieses Vorfalls war, als die Polizei uns sagte, dass sie eine Pizzaschachtel unter dem Bett gefunden hatten, in der ein scharfes Messer versteckt war. Wir waren so froh, in Sicherheit zu sein. Und meine Mutter war ebenfalls aus dem Krankenhaus zurückgekehrt. Bis heute frage ich mich, was passiert wäre, wenn ich in dieser Nacht nicht nach unten gegangen wäre, um Wasser zu holen. Dies passierte mir im Jahr 2017, als ich etwa 15 Jahre alt war. Der Tag verlief ganz normal. Es war ein durchschnittlicher Samstag. Ich saß einfach auf der Couch im Wohnzimmer und chattete auf meinem Tablet mit meinen Freunden. Außer mir waren nur meine Eltern zu Hause, da meine ältere Schwester mit ihren Freunden unterwegs war. Es war ungefähr 14.30 Uhr, als jemand an die Tür klopfte. Meine Mutter ging nachsehen, wer es war. Und ich schaute auch neugierig zur Tür. Meine Mutter sah durch den Türspion und erblickte zwei Männer draußen. Einer trug ein blaues Hemd und der andere eine schwarze Jacke. Sie waren vollkommen Fremde. Keiner von uns kannte einen der Männer. Und wir waren es nicht gewohnt, Besucher, Hausierer oder Ähnliches zu empfangen. Der meine Mutter sie nicht kannte, fragte sie, wer sie seien. Aber keiner von ihnen beantwortete diese Frage. Stattdessen sagte der Mann im blauen Hemd, sie müssen das Haus benutzen. Meine Mutter war natürlich von dieser Antwort beunruhigt. Wie jeder andere auch. Und sie fragte, was er damit meinte. Aber der Mann sagte nur, sie müssen ins Haus kommen. Meine Mutter antwortete, dass sie sie nicht hereinlassen würde. Und dass sie gehen sollen. Der Mann in schwarz schlug plötzlich gegen die Tür und versuchte sie aufzubrechen. In diesem Moment schrie meine Mutter. Und ich sprang von der Couch auf. Ich war völlig erschrocken und panisch. Aber auch wie gelähmt vor Schock. So viele Dinge gingen mir durch den Kopf. Und das war der Moment, als meine Mutter sich zu mir umdrehte und mir zurief, die Polizei zu rufen. Die Männer hörten nicht auf, an unserer Tür zu hämmern. Und sie versuchten, sie einzutreten. Zum Glück hielten die Scharniere unserer Tür stand. Mein Vater hörte den ganzen Lärm. Und kam mit seinem Revolver in der Hand aus seinem Zimmer gerannt und fragte laut, was los sei. Aber dann hörte das Hämmern auf. Und wir hörten die Männer weglaufen. Meine Mutter rief die Polizei und sie kam in 15 Minuten an. Wir erklärten, was passiert war. Aber sie sagten, sie könnten jetzt nicht so viel tun. Keiner von uns wusste, wohin sie gelaufen waren oder ob sie ein Fahrzeug hatten. Also konnten die Polizisten nichts direkt tun. Aber sie sagten, sie würden sehen, ob sie etwas Nützliches in den wenigen Überwachungskameras in der Gegend finden und mit potenziellen Zeugen sprechen könnten. Der Rest des Tages verlief normal. Und wir dachten, dass alles in Ordnung sei. Und es schien wirklich so zu sein. Bis zum nächsten Tag. Mitten in der Nacht am Sonntag war ich im Wohnzimmer und spielte auf meinem Laptop einige Spiele, während ich mit einem Freund auf Discord sprach. Wir hatten Ferien. Also spielten wir die ganze Nacht Spiele. Aber dann hörte ich seltsame Geräusche von draußen. Sie klangen wie Schritte. Ich sagte meinem Freund, ich müsse etwas überprüfen und stand auf. Ehrlich gesagt dachte und hoffte ich, dass es nichts wäre. Aber sicherheitshalber nahm ich meinen Baseballschläger mit und ging zur Tür, um nachzusehen. Als ich zur Tür ging, entsperrte jemand von draußen die Tür und begann sie zu öffnen. Als hätte er einfach den Schlüssel. Ich war für einen Moment gelähmt. Und ein Mann, der ungefähr meine Größe hatte, aber definitiv größer war als ich, kam ins Haus. Er war komplett in schwarz gekleidet und hatte eine Maske über seinem Gesicht. Er schien überrascht, dass ich direkt dort war und er begann in seine hintere Hosentasche zu greifen. Es dauerte weniger als eine Sekunde, bis mein Herz vor lauter Terror zu pochen begann. Mein erster Instinkt war, den Mann mit aller Kraft mit dem Baseballschläger auf den K*** lagen. Und das tat ich auch. Es passierte alles in einer Sekunde und er taumelte zur Wand. Dann, während das Adrenalin noch durch meinen Körper rauschte, hob ich den Schläger über meinen Kopf und schweigte. Er fiel zu Boden und stand nicht mehr auf. Aber dann sah ich, dass direkt hinter ihm zwei weitere Männer standen. Einer von ihnen hatte gerade eine Waffe gezogen und auf mich gerichtet. Ich konnte die Waffe nicht klar sehen, da es dort drüben ziemlich dunkel war. Aber es war offensichtlich aus seiner Haltung, dass er eine Waffe auf mich gerichtet hatte. Ich bestätigte das, nachdem ich hörte, wie er den Schlitten der Waffe zurückzog. Und ich schrie sofort so laut, ich konnte und versuchte aus dem Weg zu gehen. Der Mann feuerte die Waffe ab und die Kugel verfehlte meinen Kopf nur knapp. Aber der Blitz des Schusses und der laute Knall waren so nah an meinem Gesicht, dass ich benommen wurde. Ich fiel auf meinen Rücken, meine Sicht war verschwommen und meine Ohren klingelten. Ich schrie verzweifelt um Hilfe und kroch so schnell ich konnte davon. Ich hörte ein, der Männer dem anderen zurufen, mich erneut zu erschießen. Ich dachte, ich würde sterben. Aber ich schaffte es, mich auf die Füße zu bringen und um die Ecke zu rennen und aus ihrem Blickfeld zu verschwinden. Jeder im Haus war durch den Schuss und mein Schrein aufgewacht. Und mein Vater stürmte mit seiner Waffe herein. Sobald er die Männer sah, die eingebrochen waren, begann er auf beide zu schießen. Ich denke, eine Kugel traf einen von ihnen, weil er aufschrie. Bevor ich mehr Schüsse hörte und sie wegliefen, sie stiegen in ein blaues Auto und versuchten von unserem Haus wegzufahren. Mein Vater schoss erneut auf sie. Er traf sie nicht. Aber die Kugeln trafen ihr Auto. Sobald wir alle Lichter anmachten, sahen wir, dass der Mann, den ich mit dem Metallschläger geschlagen hatte, auf den Boden zuckte und unter den Wunden in seinem Kopf eine B*** war. Meine Mutter tröstete mich und sagte meiner Schwester, sie solle die Polizei rufen. Aber als sie es tun wollte, kamen bereits mehrere Polizeiautos. Der Freund, mit dem ich auf Discord sprach, hatte alles gehört und die Polizei gerufen. Und viele Nachbarn taten dasselbe wegen der Schüsse. Da die Polizei so schnell ankam, gelang es ihnen, die Männer, die wegliefen, zu verfolgen und beide zu verhaften. Der Mann, den ich verletzt hatte, wurde ins Krankenhaus gebracht. Aber ich habe nie erfahren, was später mit ihm passiert ist. Und ehrlich gesagt, ich will es auch gar nicht wissen. Später fand ich heraus, dass sie alle bereits wegen Einbruch und Mord an Hausbewohnern gesucht wurden und dann alles von Wert stahlen. Und diese Schurken hatten wahrscheinlich vor dasselbe mit meinem Haus zu tun. Ich hoffe, dass jetzt Gerechtigkeit geschieht, da diese Männer hinter Gittern sind. Es nagt immer noch an mir, wenn ich daran denke. Wäre ich nicht wach gewesen und hätte ihnen im Weg gestanden, hätten diese Männer meiner Familie und mir schreckliche Dinge angetan. Ich bin so froh, dass wir heute alle in Ordnung sind. Und ich hoffe, dass wir nie wieder so etwas durchmachen müssen. Das Geschafwort war einem Monat und seitdem habe ich Angst, nachts aus dem Fenster zu spähen. Alles begann, als mein Bruder meinem Cousin und mir erzählte, wie er gegen zwei Uhr morgens laute Metallgeräusche hörte. Fast so, als würde jemand draußen mit riesigen Metallstiefeln herumlaufen. Und da er auf dem Sofa im Wohnzimmer schlief, wurde er davon wach und ging nachsehen, was es war. Doch als er den Vorhang zurückzog, um nach draußen zu spähen, hörte es sofort auf. Das kam ihm seltsam vor, denn er sagte, es habe sich angehört, als wäre es direkt draußen auf der Straße gewesen. Zuerst glaubten wir ihm nicht und dachten, er würde nur lügen, da er oft Dinge erfindet, um uns zu erschrecken. Aber etwa drei Wochen später wachte ich plötzlich um sechs Uhr morgens durstig auf und genau in dem Moment, als ich aufstehen wollte, um Wasser zu holen, hörte ich es. Lautes Metallhämmern. Und es klang, als würde es direkt draußen vor dem Haus auf der Straße passieren. Neugierig und durstig ging ich Wasser holen und beschloss, aus dem Fenster zu spähen, um zu sehen, was das Geräusch verursachte. Langsam schob ich den Vorhang zur Seite. Und dann sah ich, was all den Lärm verursachte. Ich sah einen riesigen Mann, der mindestens 2,40 Meter groß war. Er wirkte monströs und sah aus wie ein Mensch, dessen Knochen auf seltsame Weise verdreht und verbogen waren. Er schleppte auch massive Metallketten hinter sich her. Und mit jedem Schritt, den er machte, hob er die Ketten an und ließ sie wieder fallen. Ich war sprachlos über das, was ich gerade gesehen hatte und drehte mich um, um mein Handy zu greifen und es aufzunehmen. Aber sobald ich mich wieder umdrehte, hörte das Geräusch auf und der Mann war verschwunden. Ich war versteinert vor Angst und lief zurück in mein Zimmer, konnte aber danach nicht mehr schlafen. Als mein Bruder aufwachte, erzählte ich ihm alles. Aber er glaubte mir nicht. Niemand glaubt mir und ich habe das Geräusch seitdem nicht mehr gehört. Aber ich frage mich immer noch, wer oder was dieses Ding war und was es auf der Straße gemacht hat. Vor einigen Jahren warteten meine Großmutter und ihre Freunde alle gespannt darauf, vom Arzt eine Nachricht über ihre Freundin zu hören. Da er gesagt hatte, dass ihre Freundin wahrscheinlich noch in derselben Nacht aufgrund ihres Krebses sterben würde. Meine Großmutter schlief schließlich ein, bevor Anrufe ankamen und wachte später auf, als jemand ihr Bett kräftig schüttelte. Sie war überrascht, ihre Freundin mit Krebs direkt vor sich zu sehen. Meine Großmutter sagt, sie sah schön aus und trug ein hübsches, langes Kleid. Ihr Haar war lang und fließend und sie sah nicht mehr krank aus. Ihre Freundin sagte zu meiner Großmutter, Mir geht es gut, du musst dir keine Sorgen machen. Dann berührte sie die Hand meiner Großmutter mit einem warmen Lächeln. Und als sie das tat, spürte meine Großmutter einen elektrischen Schock. Ein paar Minuten später erhielt meine Großmutter einen Anruf und stand schnell auf, um ihn anzunehmen. Der Anruf war vom Arzt, der ihr mitteilte, dass ihre Freundin leider verstorben war. Ich möchte Ihnen gerne meine Horrorgeschichte erzählen, die letztes Jahr passierte, als ich 15 Jahre alt war. Aus Datenschutzgründen möchte ich anonym bleiben und meinen Namen oder die Namen meiner Freunde in der Geschichte nicht preisgeben. Die Geschichte beginnt an einem regnerischen Tag, als ich abends mit meinen besten Freunden einen Film schaute. Wir werden sie D und M nennen. Da wir im gleichen Viertel wohnen und es draußen donnerte und regnete, übernachteten sie bei mir im Haus meiner Großmutter, da meine Großmutter ein großes Haus mit zwei leeren Zimmern hat. Beide meiner Freunde, die auch Brüder sind, leiden an einer bipolaren Störung. Bevor wir schlafen gehen sollten, hatten D und M einen Streit und wollten nicht im selben Zimmer schlafen. Also entschied sich M im Wohnzimmer auf der Couch zu schlafen. In der Nacht gab es viel Donner und Blitz, was es mir schwer machte zu schlafen. Aber gegen drei Uhr morgens, als endlich alles ruhig war, hörte ich gelegentlich seltsame Geräusche, wie Kratzen und Wimmern. Ich beschloss aufzustehen und in die Küche zu gehen, um etwas Wasser zu holen. Vorsichtig nahm ich mein Handy und schaltete das Licht an, als ich in die Küche ging. Einen Moment lang dachte ich, ich hätte mir alles nur eingebildet. Aber dann bemerkte ich, dass die Tür zu dem Zimmer, in dem D schlief, offen war, obwohl er sie geschlossen hatte, als wir schlafen gingen. D war ein sehr großer Junge mit tiefschwarzem Haar und heller Haut. Und so war es, obwohl es im Haus dunkel war. Sichtbar, dass jemand auf dem Bett saß und zum Fenster schaute. Ich näherte mich dem Zimmer, aber als der Blitz aufleuchtete, bekam ich Angst und schaltete das Licht an. Ich erstarrte, als ich D auf dem Bett sitzen sah. Auf einem blutigen weißen Laken, langsam drehte er seinen Kopf zu mir. Seine Augen, blutunterlaufen und rot. Er sah aus, als wäre ein Dämon in ihn gefahren. Er sagte mit leiser und tiefer Stimme zu mir, Geh weg von mir, ich will wirklich niemanden töten. Diese Worte durchbohrten mich und ich stand für ein paar Sekunden regungslos da. Dann ging ich langsam zurück, schloss die Tür und verriegelte sie. Ich saß eine halbe Stunde auf der Couch und überlegte, was ich tun sollte. Als ich plötzlich ein lautes Knacken hörte, als ob etwas zerbrochen wäre. Vor Angst weckte ich M und rief meine Großmutter an, die im Haus nebenan bei einem kranken Nachbarn war. Wir sammelten schnell unsere Sachen und verriegelten das Haus. Wir gingen zum Haus des Nachbarn und meine Großmutter rief die Polizei und einen Krankenwagen. Als sie ankam, fanden sie Dämon bewusstlos im Zimmer und brachten ihn ins Krankenhaus. Die Tür des Zimmers war blutig von Kratzern und auf dem Boden lag ein zerbrochenes Kruzifix. Dämon überlebte, ist jetzt wohl auf und geht zur Schule. Seitdem habe ich nie wieder im selben Haus wie Dämon geschlafen, weil ich immer noch fürchte, was hätte passieren können, wenn ich die Tür in jener Nacht nicht verriegelt hätte. Hallo, Wancy. Ich heiße Obeyed. Ich schaue mir seit einigen Tagen deine Videos an und möchte meine Geschichte erzählen. Es geschah, als ich 14 oder 15 Jahre alt war, also im Jahr 2016 oder 2017. Meine Brüder und ich waren alle Teenager und wir waren auf der Geburtstagsfeier eines Kollegen meiner Mutter in einem asiatischen Restaurant in einem sehr ruhigen Teil der Stadt, den sie gut kannten. Es war ungefähr 23 Uhr und wir wollten gerade nach Hause gehen. Aber mein Bruder wollte noch ein paar Süßigkeiten in einem kleinen Laden in der Nähe kaufen. Und meine Mutter stimmte zu, weil es direkt vor dem Restaurant war. Ich ging mit ihm in den Laden, während alle anderen warteten. Als wir eintraten, bat mich mein Bruder, mir die Süßigkeiten anzusehen und sagte, er würde nach der Eiscreme suchen. Also ging ich hin, um zu sehen, ob die Süßigkeiten es wert waren, gekauft zu werden. Er war eine Minute weg, kam aber plötzlich zu mir gerannt und flüsterte mir hastig und ängstlich zu, Lass alles fallen, wir müssen gehen. Ich war so verwirrt, dass ich nicht verstand, was er meinte. Also erklärte er mir, dass er die Beine einer toten Frau gesehen habe, die durch die Hintertür über den Boden geschleift wurden. Aus irgendeinem dummen Grund ging ich nachsehen, aber die Hintertür war schon geschlossen. Also drehte ich mich einfach um und rannte mit meinem Bruder zurück ins Restaurant. Ich bat meinen Bruder, mir genau zu erzählen, was er gesehen hatte. Und er sagte, er würde es mir auf dem Heimweg erzählen. Schließlich gingen wir zum Auto und mein Bruder erklärte mir alles. Er sagte, während er das Eis betrachtete, habe er das Geräusch von etwas Metallischem gehört, das auf den Boden fiel. Und dann habe er zwei Männer gesehen, die einen menschlichen Körper durch eine Tür zogen. Mein Bruder versuchte, unsere Mutter zu überzeugen, aber sie glaubte ihm nicht. Aber ich weiß, dass er nicht gelogen oder einen Streich gespielt hat. Denn ich kenne meinen Bruder. Er würde nicht einfach so Süßigkeiten und Eis liegen lassen. Und er ist nicht der Typ für Streichel. Bis heute frage ich mich, was passiert wäre, wenn wir erwischt worden wären. Hallo, mein Name ist Justin. Ich bin ein großer Fan und schaue mir alle deine Videos an. Ich bin mir nicht sicher, ob dies der richtige Weg ist, euch zu kontaktieren. Aber ich habe eine gruselige Geschichte, die mir passiert ist, als ich ungefähr zwölf Jahre alt war. Ich schlief damals im Keller unseres Hauses. Um es dir zu beschreiben, wenn man die Treppe hinunter ging, konnte man rechts ins Badezimmer gehen, links in den Abstellraum und den Heizungsraum und geradeaus waren mein Schlafzimmer und das Wohnzimmer. Eines Nachts, nachdem ich einige Hausaufgaben gemacht hatte, machte ich mich zum Schlafen bereit. Es war etwa zwischen ein und zwei Uhr nachts. Ich leide unter starker Schlaflosigkeit. Deshalb habe ich immer Schwierigkeiten einzuschlafen, was mich zu einer Art Nachtmensch gemacht hat. Ich genieße die dunklen Stunden wirklich. Ich verbringe die Nächte mit Spielen oder Lesen. Wie auch immer. Als ich mich bettfertig machte, hatte ich ein seltsames Gefühl. Es war fast so, als würde ein unheimlicher Schauer durch mich hindurchgehen und mich frösteln lassen. Ich zuckte mit den Schultern und machte mich weiter bettfertig. Als ich fertig war und im Bett lag, schaute ich mir ein paar Videos auf YouTube an und las dann ein Buch. Nach etwa einer Stunde merkte ich, dass es drei Uhr morgens war und ich fühlte mich endlich müde. Also machte ich das Licht aus und schloss meine Augen. Als ich einschlief, hörte ich, wie die Tür zur Dusche aufging. Ich hatte eine dieser viertelkreisförmigen Duschkabinen mit Schiebetür. Es klang, als würde jemand die Schiebetür öffnen. Also hob ich meinen Kopf, um zu lauschen. Nach etwa einer Minute Stille dachte ich, es sei meine Einbildung und legte mich wieder hin. Plötzlich knallte die Duschtür so heftig zu, dass ich aufsprang und auf der Bettkante landete. Mein Herz raste. Kurz darauf hörte ich, wie im Zimmer Papiere herumflogen. Ich hatte zu viel Angst, um in die Dunkelheit zu schauen. Also saß ich da, starke Angst. Ein paar Minuten verging und ich beruhigte mich ein wenig. Ich drehte meinen Kopf in Richtung meines offenen Kleiderschranks und für den Bruchteil einer Sekunde sah ich dort das gespenstische Gesicht einer Frau. Im Nu war es verschwunden. Es war ein furchterregendes Gesicht, mit dunklen Haaren und weit aufgerissenen, blutunterlaufenden Augen. Es sah auch so aus, als hätte sie etwas wie ein Tuch um den Mund gewickelt. Unterhalb ihres Kinds war in dieser Sekunde nichts zu sehen. Nur ihr Kopf und ihr Gesicht. Ich fiel vor Schreck in Ohnmacht. Man wachte am nächsten Morgen an der Bettkante auf. Als ich aufstand, fand ich meine Hausaufgaben im ganzen Zimmer verstreut. Und als ich die Dusche überprüfte, hatte sie ein Riss in Plastik. Wahrscheinlich, weil sie zugeschlagen worden war. Bis jetzt habe ich niemandem davon erzählt. Weil ich wusste, dass mir sowieso niemand glauben würde. Nur zur Info. Dieser Vorfall ereignete sich vor ein paar Tagen. Ich lebe in einem kleinen Dorf auf dem Balkan und bin 15 Jahre alt, etwa 1,73 Meter groß und wiege 60 Kilogramm. Hier wird es nach 17 Uhr ziemlich dunkel. Zurück zur Geschichte. Vor ein paar Tagen hatte mein Hund einen Unfall. Also fühlte ich das Bedürfnis, in die Kirche zu gehen. Nachdem ich die Schule und die Hausaufgaben um 18 Uhr beendet hatte, ging ich zur Kirche. Die meisten Kirchen erlauben keine Jeans oder Hosen, wenn man zum Gebet geht. Und da ich orthodox bin, versuche ich die Tradition so gut wie möglich einzuhalten. Als ich zur Kirche ging, hatte ich ein seltsames Gefühl. Aber ich schob es beiseite. Als ich vor der Kirche war, sah ich einen Mann, der war Mitte 40. Er bewegte sich auf eine Weise, dass ich dachte, er würde tanzen. Er begann an der Rose zu riechen und in den Himmel zu schauen. Ich fühlte mich in diesem Moment ein wenig unwohl, aber ich dachte nur, dass er betrunken oder so etwas wäre. Als er mich sah, hörte er aufzutanzen und an der Blume zu riechen. Er sah mich an und lächelte. Aber es war kein seltsames Lächeln. Es schien, als hätte er vor etwas Angst. Als ich mein Gebet beendet hatte und aus der Kirche kam, sah ich, wie er ein anderes Mädchen angriff. Ich rannte auf ihn zu und griff ein. Dann weinte er und flehte mich an, ihm nicht weh zu tun. Ich schrieb die Polizei in den Krankenwagen. Der Mann wurde verhaftet. Am nächsten Tag erfuhr ich von meiner Großmutter, dass das Mädchen, dem dieser Mann Schaden zufügte, nach ihrem letzten Tag aus ihrem privaten Englischunterricht nach Hause ging. Ich war schockiert. Warum hat er mich nicht angegriffen? Ich konnte in dieser Nacht nicht schlafen. Also versprach ich mir, am nächsten Tag noch einmal in die Kirche zu gehen, um für dieses Mädchen zu beten. Als ich aufwachte, sah ich eine alte Frau in meinem Haus, die mit meiner Mutter sprach. Natürlich begrüßte ich sie und lächelte freundlich. Aber sie ging auf die Knie und sagte mir, dass sie mich einen Tag zuvor in der Kirche gesehen hatte. Sie sagte mir, dass ich weiße Flügel hinter meinem Rücken hatte. Ich war fassungslos. Nach diesem Vorfall ging ich zum Priester und er sagte mir, dass ich einen Geist habe, der mir folgt und mich beschützt. Manchmal frage ich mich nur, was passiert wäre, wenn dieses etwas mit mir geschützt hätte. Das ist vor zwei Monaten passiert. Ich lebe in Myanmar. Es ist ein wunderschönes Land. Es war ein weiterer normaler Schultag. Normalerweise wache ich um 5.30 Uhr auf und komme gegen 13 Uhr von der Schule nach Hause. Nach der Schule war ich alleine zu Hause. Das ist normal, weil mein Vater normalerweise nicht oft zu Hause war. Mir war langweilig. Also lud ich mein Cousin und meinen besten Freund einen um Spiele zu spielen und Wancy-Videos zu schauen. Ein paar Stunden später klopfte jemand an die Tür. Mein erster Gedanke war, dass es meine Mutter war. Aber normalerweise hatte sie einen Schlüssel, um hereinzukommen. Ich schaute durch das Fenster und es war ein erwachsener Mann. Er sah aus, als wäre er Mitte 40. Er war groß und seine Haare waren unordentlich. Ich ignorierte ihn und öffnete die Tür nicht. Später verließ ich dummerweise das Haus, weil ich ein paar Snacks aus dem Convenience-Store unbeizt. Und natürlich war der Mann da mit einem Taschenmesser und sah aus, als wollte er mich angreifen. Da an meiner Nähe Ziegelsteine lagen, warf ich einen auf ihn und irgendwie traf er ihn am Kopf und brachte ihn zu Fall. Neben mir war ein Van, der anscheinend ihm gehörte. Und als ich hineinblickte, war dort ein 16-jähriges Mädchen gefesselt. Ich war in dem Moment zwölf Jahre alt, also war das alles sehr beängstigend für mich. Ich band sie los und rief die Polizei. Als sie ein paar Momente später ankam, wurde er gefasst. Das Mädchen erzählte mir, dass sie auch Snacks holen wollte. Es war so seltsam, weil sie so unglücklich war, gefangen zu werden. Aber Glück hatte, dass ich sie zufällig fand. Mein Freund und mein Cousin wissen immer noch nichts davon, weil sie damit beschäftigt waren, Fortnite zu spielen und zu Hause geblieben sind. Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, was mit diesem Mädchen und mir passiert wäre, wenn diese Ziegelsteine nicht da gewesen wären. Als ich 18 Jahre alt war, war ich sehr interessiert an der menschlichen Seele. Daher suchte ich ständig im Internet danach. Und eines Tages entdeckte ich, dass es ein Treffen gab, bei dem über die menschliche Seele diskutiert wurde. Ich beschloss, zusammen mit meinem Freund Sean zu diesem Treffen zu gehen. Aber als wir am Treffpunkt ankamen, waren nur drei Personen anwesend. Ich, Sean und der Leiter des Treffens. Ich war etwas enttäuscht, aber der Leiter des Treffens schien sehr sachkundig zu sein. Er begann uns Informationen über die Seele zu erklären. Er sagte, Menschen haben alle eine Seele, aber tatsächlich kann sie in zwei Teile geteilt werden. Oder die Seelen zweier Menschen können sich zu einer verschmelzen. Mit anderen Worten, du und ich könnten eins werden. Alle Seelen auf der Erde sind letztendlich eins. Ich hörte seiner Geschichte mit neugierigen Augen zu. Aber als ich Sean ansah, sah er nicht gut aus. Sean flüsterte mir zu. Diese Person scheint ein wenig seltsam zu sein. Lass uns einfach nach Hause gehen. Aber ich hatte Spaß und sagte ihm, er solle noch ein bisschen länger bleiben. Wir unterhielten uns eine Weile mit dem Gruppenleiter. Und schließlich dachte ich daran, nach Hause zu gehen. Da sagte der Leiter des Treffens, wir sollten nicht gehen. Sean und ich sagten, wir müssten gehen und standen auf, um zu gehen. Der Leiter des Treffens hob plötzlich seine Hände zum Himmel und schaute Sean an, während er murmelte. Seine Augen waren mörderisch. Und er hielt etwas, das wie ein roter Edelstein auch sah in seiner Hand. Sean, lauf! schrie ich. In diesem Moment schlug der Leiter des Treffens Sean mit dem roten Edelstein auf den Kopf und Sean verlor das Bewusstsein. Dann zog er eine Glasflasche aus seiner Tasche und hielt sie an Seans Mund. Dann sagte er, Gott, ich werde diese Seele nehmen. Ich werde sie dankbar verzehren. Dann hob er die Flasche an seinen Mund, atmete ein, schloss den Deckel und steckte sie wieder an seine Tasche. Ich wusste nicht, ob Sean lebte oder tot war. Und ich hatte solche Angst, dass mein ganzer Körper zitterte. Und ich hatte Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten. Der Leiter des Treffens sah mich an und sagte, ich gebe dir eine Chance. Wenn du sagst, dass du mir deine Seele gibst, kann ich deine Seele nehmen, ohne deinen Kopf einschlagen zu müssen. Also, was willst du tun? Er nahm meine Glasflasche aus seiner anderen Tasche, öffnete den Deckel. Ich hatte Angst, aber ich schrie ihn an, mein Kopf ist stärker als Stein und wird niemals brechen. Da sagte er zu mir, oh mein Gott, ich habe versucht nett zu sein, aber jetzt muss ich doch wieder ein Loch machen. Er hielt die Glasflasche hin und näher, dass ich mir langsam. Der Klang meines Herzschlags war so laut in meinen Ohren, dass er fast wie Donner klang. In diesem Moment hob er wieder seine Hand mit dem roten Edelstein und versuchte mich zu schlagen. Also stieß ich mit aller Kraft um und warf ihn zu Boden. Wir begannen zu kämpfen, rollten über den Boden und dann schnappte ich mir die Glasflasche aus seiner Hand und schlug ihn damit auf den Kopf. Die Flasche zerbrach und er schrie und hielt sich den Kopf. Nein, das ist dein Zuhause! Er weinte und hob die zerbrochene Flasche mit bloßen Händen auf. Ich half Sean auf und wir rannten weg. Zum Glück kam Sean ein wenig zu sich. Dann schrie der Leiter des Treffens. Oh, ihr lebt noch. Meine Söhne, wohin wollt ihr gehen? In mir gibt es ewige Ruhe. Ich rannte nach draußen und rief die Polizei. Der Leiter wurde verhaftet und die Polizei fand Dutzende von Flaschen in seinem Keller. Die Flaschen hatten kleine Bilder von Menschen daran befestigt. Als die Polizei fragte, was die Flaschen seien, lächelte er und sagte, Das sind die Seelen, die ich bisher aufgenommen habe. Sie sind jetzt in meiner Welt und sie werden für immer in mir leben. Er nannte Dutzende von Namen von Menschen. Ich brachte Sean ins Krankenhaus und glücklicherweise erholte er sich. Hätten wir damals nicht mit Sean fliehen können, kann ich mir nicht vorstellen, was mit uns passiert wäre. Mein Name ist Kimberly. Ich bin 19 Jahre alt. Ich möchte meine persönliche, gruselige Geschichte teilen, die mir vor zwei Jahren passiert ist. Es war ein Freitag und ich war gerade von der Schule nach Hause gekommen. Ich begrüßte meine Mutter, als sie zur Arbeit ging und sie sagte mir, dass ich nicht auf sie warten sollte, da sie spät nach Hause kommen würde. Mein Vater verließ uns, als ich ein Baby war und seitdem sind es nur meine Mutter und ich. Ich sagte okay und sie ging aus dem Haus. Danach ging ich nach oben und zog meine bequemen Klamotten an. Dann ging ich wieder nach unten in die Küche, wo ich anfing, Abendessen für mich und für sie zu kochen, damit sie essen konnte, wenn sie von der Arbeit nach Hause kam. Nachdem ich gekocht hatte, erledigte ich ein paar Hausarbeiten, duschte, aß zu Abend und überprüfte alle Türen und Fenster, um sicherzustellen, dass sie verschlossen waren. Als ich mit dem Aufräumen fertig war, ging ich mit dem Computer ins Wohnzimmer, da ich einige Folgen meiner Serie nachholen wollte. Etwa drei Stunden später hörte ich, wie unsere Haustür geöffnet und geschlossen wurde. Ich dachte, es sei meine Mutter, also achtete ich nicht darauf und schaute weiter meine Serie. Ich hatte Kopfhörer auf, also konnte ich meine Mutter nicht hören, als sie mit mir sprach. Normalerweise würde sie zu mir kommen und dann spürte ich, wie sich jemand über die Couch lehnte, auf der ich saß. Als ich langsam meinen Kopf hob, sah ich meine Mutter, die mich mit weit aufgerissenen Augen und einem intensiven Blick ansah. Ich fragte sie, was los sei, aber sie antwortete nicht. Und als ich sie weiter anschaute, hatte ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Als ich genauer hinsah, bemerkte ich, dass sie nicht ihre Krankenschwesteruniform trug. Nach etwa 30 Sekunden ihres Starrens sah sie langsam zur Decke und dann wieder zu mir. Dann küsste sie mich auf die Stirn. Ihr Mund war so kalt, es fühlte sich an, als hätte sie Eis auf ihren Lippen gehabt. Dann ging sie in die Küche und ich konnte sie von meinem Platz aus nicht mehr sehen. Ich dachte mir nichts dabei und schaute weiter meine Serie. Dann kam mir die Erkenntnis. Ich erinnerte mich, dass sie gesagt hatte, sie würde spät nach Hause kommen und ich solle nicht auf sie warten. Außerdem hatte sie mich noch nie auf die Stirn geküsst. Ich war für eine Minute wie erstarrt. Dann nahm ich langsam mein Telefon und rief sie an, in der Hoffnung, dass ich es irgendwo im Haus klingeln hören würde. Sie nahm ab und fragte mich, was los sei. Ich fragte sie, ob sie zu Hause sei, aber sie sagte nein und fragte mich, ob alles in Ordnung wäre. Ich sagte ihr, dass jemand im Haus sei. Jedoch erzählte ich ihr nicht, dass ich sie gesehen hatte oder etwas, das vorgeil, sie zu sein. Dann sagte sie mir, ich solle zu unserer Nachbarin nebenan rennen, während sie die Polizei rief. Ich rannte zu unserer Nachbarin und klopfte laut an. Sie öffnete und ließ mich herein. Ich sagte ihr, dass jemand Fremdes in unserem Haus sei. Nach etwa fünf Minuten Warten auf die Polizei hörte ich sie kommen. Etwa zehn Minuten später kam ein Polizist zu mir und sagte, sie hätten nichts gefunden. Ich wartete bei meiner Nachbarin, bis meine Mutter nach Hause kam. Wir sind vor einem Jahr von dort weggezogen und ich habe nie wirklich jemandem erzählt, nicht einmal meiner Mutter, dass ich ihren Doppelgänger gesehen habe.